moin leute auf jeden fall das ist mein 500 abo spechel ich hoffe es gefällt euch das geht raus an finn es ist natürlich alles nicht ernst gemeint aber ich würde sagen let's go finn du bist so ein noob texte schreiben kannst du wohl nicht so gut in fall geist ein verlierer du wirst niemals ein guter profi spieler du denkst machst geiles dreams du hast ja wirklich schlechte dreams du machst so viele klicks sag mir was hast du für faule tricks die hälfte deiner pets sind wahrscheinlich alle nur nukets in sum bin ich so gut da kochst du immer vor wut du magst pizza hawaii dann magst du aber auch kinderbrei du denkst spielst viel zu krass dabei magst du pizza mit ananas ok leute das war auf jeden fall mein diss track ich hoffe wie immer er hat euch gefallen schreibt gerne kommentare in die kommentare und dann würde ich schon wieder sagen das war's bis zum nächsten mal und ciao leute